so zurück ins jahr 2014 da fing ich an nachdem ich dann festgestellt habe die deutsche firma cyberstudio go live hat jetzt endgültig ausgesorgt und die amerikanisch indische politik hat auch nicht gut funktioniert muss man auch mal sagen im bereich webdesign den webdesigner alle fünf jahre mit alle paar jahre mit neuen problemen in software politik das leben erschweren da wusste man dann okay jetzt ist endgültig die software begraben in amerikanisch indischer software politik nachdem es die deutschen dann verkauft haben das war so wirklich das einzigste ist immer gut wenn land selber was entwickelt was weltweit genutzt wird und dann hat man noch ein wörtchen mitzureden wenn man alles verkauft dann ist man halt nur noch der subservient dienstleister für 0 euro pro stunde sanktionierten konten made in germany also ich teste das immer noch durch wie gesagt zurück ins jahr 2014 da habe ich mit adobe muse dann angefangen habe dann auch gemerkt mensch die haben es dann eingestellt die software hat man hat auch gemerkt die browser entwickler hatten richtig hatten so kein bock mehr da noch irgendwas zu fixen adobe hatte keinen bock mehr da noch irgendwas in dem bereich sich anzustrengen die web design web designer regeln ist dann schon gemerkt dass der markt eigentlich schon nicht kaputt ist der ganze dienstleistungssektor jetzt ist es fast zehn knapp zehn jahre später also 2024 haben wir noch nicht aber 23 steht schon vor der tür ich teste jetzt noch immer das nächste sparkle pro durch immer noch und das web kit von apple die immer noch gut damit beschäftigt sind diese web technologie zum laufen zu bekommen aber irgendwie muss man sagen man stellt doch immer wieder fest es gibt immer wieder unstimmigkeiten zwischen ios web browser version und usx web browser version also das nächste prozessor zeitalter hat ja schon begonnen und zwar es geht wieder los also ich habe da schon so viele prozessor kulturen durchgemacht mit der firma apple von 68 68er chip dann power pc dann die g modelle dann der große ankündigung jetzt alles auf intel umstellen und jetzt kommt der neue prozessor also man ist das schon gewohnt dass das immer so eine infinite loop strategie ist deswegen fangen jetzt auch die ersten entwickler fangen auch schon wieder an jetzt musst du mindestens big su installieren am besten kaufst den gleichen neuen rechner aber bleiben wir trotzdem beim thema web kit und nachdem wir deutschen ja gar nichts mehr mitzureden haben in dem bereich wir testen das nur durch also ich teste das mal hier auf dem auf der web kit plattform usx also da gibt es dieses problem auch also man sitzt dann als web designer stundenlang und versucht irgendwelche das ist wie gesagt zurück ins jahr 2014 parallax parallax und parallax ne dieses web code thema parallax effekte also wenn man hier zum beispiel auch so eine one time so eine animate while scrolling macht nee man kann auch so eine one time her nehmen wenn man sagt jetzt move left from edge 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 also da wird die ganze seite so ein bisschen erst mal eingerückt ne aber man hat dann so ein also ich hab das mal getestet das funktioniert nicht also da wird der browser irgendwie also da wird der browser irgendwie verkleinert nicht ich hab das wenigstens funktioniert ich hab das wenigstens funktioniert das geht gar nicht das geht gar nicht also das ist wirklich schade dass wir seit dem wegfall von cyberstudio go live hier in deutschland das alles jeden tag durchprobieren dürfen jedes mal feststellen dass das eigentlich gar nicht richtig gut funktioniert also diese ganzen also irgendwie geht es noch nicht so richtig ich glaube das hat jetzt mit diesem element zu tun was hier nach unten rutscht irgendwie verursacht dass die webseite dann auf einmal viel länger wird wird dann muss noch weiß angezeigt bis es dann irgendwann refresh und so elemente vom rechten rand rein rutschen lassen da wird meistens die webseite wird dann verkleinert damit dann das element von rechts da rein rutschen kann das habe ich gestern festgestellt also die sind noch nicht fertig also die webkits die und die webkits die sind das dauert noch mal zehn jahren also so sehe ich das bis die dienstleistungsbranche webdesign wieder läuft und jemand da sagen kann jetzt kannst du wieder einen haufen geld reinschütten in die marketingriege damit die webseite dass du dann du dann mehr traffic bekommst also die sind noch nicht fertig betreuer ich habe jetzt keine zeit die sind noch nicht fertig also das wird noch mal zehn jahre lang dauern also ich glaube auch nicht dass die das dauert mindestens noch vier fünf sechs sieben acht neun zehn jahre bis eine webseite der webdesigner mal frei gestalten darf in freier gestaltung ne betreuer ich habe jetzt keine zeit und keine lust auf dich ruf einfach beim jobcenter pfaffenhofen an und frag nach warum mein konto noch auf 404 euro jobcenter pfaffenhofen sanktioniert ist das dein job herr betreuer ist nicht mein job also da habe ich in berlin ja noch mehr geld bekommen irgendwie also ich bin auch dafür dass wir deutsche auf harz 4 lassen und ausländer auf bürgergeld setzen weil da kann man den deutschen immer noch besser hat man den besser im griff und kann den besser sanktionieren und zur arbeit zwingen so würde ich das machen also das wie gesagt das thema dass das noch nicht fertig ist hier das webkit das mit den elementen von rechts move left from edge also wenn element von der rechten seite in den webbrowser reinfliegen soll da wird meistens die ganze webseite wird dann irgendwie geschwinkt skaliert verkleinert damit dann das element von der rechten seite da rein rutschen kann wenn das element dann da rein gerutscht ist dann wird es wieder auf die richtige breite skaliert ne das ist so was ich gestern stundenlang durchgetestet habe das move left from edge geht nicht das move left geht auch nicht also man kann da auch parallax effekte verwenden das geht auch nicht wenn man da irgendwie eine horizontal motion einbaut und das soll irgendwie von rechts da rein rutschen das also die web browser webkit coder und die web visivik coder die sind noch nicht fertig ist ja